Das ist ja mal spannend. Ja, vielleicht wird's spannend. Wer weiß es schon genau? Start the Destroyer of Salvat. Modern Warfare 2. Das sage ich dazu. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man jetzt fünfmal oder viermal hintereinander verloren hat, Peter und Dennis? Ziemlich gut. Das ist voll Porno. Wir sind auf jeden Fall nicht so unlustig und arschlochmäßig wie du. Oh, Bram, ich hab gehört, wir machen. Jade, das tut mir furchtbar leid, aber ich muss jetzt meine Macht gegen deine Macht setzen. Das ist ja Kolossen, wie heißt das Clash of the Titans oder so, ne? Nein, der Peterle, der war zwar ganz schön sauer gerade und hat mich beleidigt, aber ich verzeih mal, wenn er jetzt gut spielt. Einer hinten bei uns rechts, bei B-Seite. Hm, Jeff versucht zu springen? Äh, nein. Das ist jetzt natürlich eine recht ungünstige Situation, könnte man sagen. Gut, dass ich die Bombe jetzt läuten würde. Ich konnte mich nicht bewegen. Wie ich das klicken gehört habe und ich dachte mir so, hör, woher guckt das denn? Was war das denn jetzt bitte für eine Scheiße? Wer hat denn da den Sekundenkleber draufgesetzt? Suchen und zerstören. Das klingt jetzt sehr super optimal an die Räume. Ja, so hat passiert schon mal, wa? Hast du solche Räume, das habe ich mir gesagt. Da kannst du ja nicht mal was für. Alter, da war der sofort drauf. Der kommt über den Müllplaster. Jetzt geht's, wir alle zählen auf dich. Aber ich war auch drauf. Das war aber kein Schaden mehr. Nee, ich habe auch, glaube ich, gar nicht geschossen. Da wusste Peter, wo ich bin. Ram, was hältst du denn am Wochenende, wenn du eine MP nimmst und weniger kämpfst? Ja, als Defender? Ja, keine Ahnung, man kann noch ein bisschen offensiv verteidigen. Alles klar, wenn du jetzt sagst. Du bist ja Bosshardi. Ja, du bist ja zuerst. Ja, nicht blindlings reinrennen, das macht keinen Sinn. Ach so, das nicht, okay. Nee, das nicht. Beide hier, beide hier. Der andere ist am Auto links. Ja, ich weiß. Der Stand da, glaube ich. Jetzt geht's aber ab hier, du. Du keine Nutze. Du keine Nutze, ey. Scheiße, ich dachte, der eine kommt noch von der anderen Seite. Nee, du konntest da nicht mehr weg. Ich wollte unbedingt wissen, ob du wegrennst. Nice, nice, Bram. So möchte ich das sehen. Also ein bisschen runnen, sagst du? Ja, was heißt runnen? Okay, machst du jetzt blindlings rein, sagst du? Alles klar, durch die Mitte? Okay, alles klar, durch die Mitte. Leck mir die Eier, ey. Beide links, beide links, mich verarschen. Wie schnell weibst du denn? Alter, der hat ja schnell geklötert. Ich fett. Jayser ist oben in dem Fenster drin. Nee. Oh, hijacked. Nice. Da musst du aber gesandwiched. Ziemlich hart. Oh ja. Erstmal hinlegen. War auch eine gute Entscheidung. Suche zu zerstören. Das Ziel zerstören. Du meinst das Sch... Nice, man. Nice, man. Lol, lol. Hau dir rechts. Oh mein Gott, in der Mitte. Ja, bei links auch. Ja, ich dachte ja nur. Weil der lief ja so krass durchs Bild. Da dachte ich, ich sag dir das nochmal kurz. Alter Vater, ich hab ja mal so'n Lackwurf gehauen. Rausgehauen. Alter, das gibt's doch nicht. Wo ist er denn? Der war bei B irgendwo hinten bei denen noch. Einmal kurz durch die Tür geguckt und hat sich dann, glaube ich, wieder verdrückt. Oh ja. Du-du-du-du. Oh. Oh, holz. Gib Gas. Oh. Der ist durch den Typ gelaufen, der ist hinten bei B. Fick. Der ist jetzt, äh, bei der, bei der, bei der Mülltonne. Alter, da ist der echt davongekommen, der kleine Pisser. Alter Vater. Wo warst du, als du auf mich geschossen hast? Stand neben dir. Ich war an dem Müllplatz. Ohne Schwanz, der stand neben dir. Willst du mich verarschen, du warst auf der Müllkippe. Auf der Map. Das erzählst du mir gerade. Ja. War der wirklich. Der stand da drauf. Der ist ein Müllplatz, bitte. Das ganze, die ganze Map ist ein Müllplatz. Ja, das stimmt natürlich. Ich war auf dem Müllplatz. Oh, der ist ja tatsächlich da. Nice. Ah, an den einfachsten Orten muss er einfach nur stehen, damit er die Welt verarscht. Das hat Hady die ganze Zeit nicht für den Scheißdinger nachgeladen hat, ey. Ja, ist aber lustig gespürt. Ich muss lustig als letztes. Das Ziel zerstören. So, Bram, jetzt mal nochmal einen Sam-Tex-Wurf. Ja, Marit. Wo bist denn du da langgelaufen, dass ich da getroffen hab? Ja, nicht nur du. Ja, ich hab ja vor dir geschossen. Hätte ich eigentlich dich töten müssen schon. Oh, Scheiß-Dank-Granato. Oh, Scheiß-Dank-Granato. Oh, bitte Flash. Alter, Vater. Halt deinen Maul. Wo seid ihr kleinen Kämpfer-Huren denn? Nicht bei B, wie du. Nicht bei B. Okay. Nein! Ah! Willst du mich verarschen? Das war mein Kill. Nee, ich hab da drauf geschossen. Arsch! Verlässst du dein Kill? Der war in der... Wie soll man das denn sagen? Ach, fuck. Die Bombe liegt in der Müllkippe. Bei A. Bei A in der Müllkippe. Bei A in der Müllkippe. Na, hast du dich überhaupt wegbewegt? Nö. Im Ölfass hat er gekämpft. Seidenwechsel. Seidenwechsel. Ich war kurz davor, nach links zu gucken, aber dann hab ich mir gedacht, schnell, jetzt machst du den Kontakt. Ne, da war ich. Das Zielverdeidiger trug. Da hab ich gedeckt. 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 Scheiße. Jay ist auf dem Vordach von dem Haus. Nice. Vielen Dank für die Info. Hier war es nämlich gut. Da kam... Diesmal nicht. Er war aber Müllkippe. Ne. Ne. Was heißt Kalvarsch eigentlich? Heißt das zufällig Müllkippe? Suche und zerstören. Oder Schrottplatz oder sowas. Das sieht ja wohl eher nach nem Schrottplatz aus als nach einer Müllkippe. Oh nice. Ich hab einen getroffen. Du hast einen getroffen? Ne, 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 ne. Das kann nicht sein. Doch hab ich. Ne, 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 ne. Oder minimal rot? Na, 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 na. Na, 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 na. Wo campen sie diesmal? LOL! Im Haus! Nicht im Haus, sondern vor dem Fenster. Draußen auf dem Vorplatz. Alter. Hammerhöhle. Ja, wieder zu richtig... Oh, guck mal, da war's. Müsste ich doch, da war einer. Wir haben die Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Wollten sie beide von hinten uns bläten? Ja, wollten wir tatsächlich. Weil Hadi war so laut, dann musste der eigentlich in der Nähe sein. Laut? Ey, du warst halt so aufgeregt in deiner Sprache. So. Als ich mir gedacht hab, dass es Mami in der Nähe ist. Oh, boah, 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 boah. Alter, wie Bram? Ich hab doch hier was liebst. Was trifft? Eine A-Gug-Seite gerusht. Alter, ich hab dir voll den Header gegeben, ey, auch. Ich hab dir auch den Header gegeben. Ja. Boah, der Zaun oder der Bram, ey, nice. Da kommt der geduckt um die Ecke. Da kommt der geduckt um die Ecke, well, hey. Was hab ich nicht immer? Falls du losläufst, wer doch da bleibt. Ich hab ihm nur in die Köpfchen geschossen hab, ach scheiße. Tja. Jay sitzt im Fenster drin. Was? Linker Seite im Fenster drin war er. 300 Gramm Schokolade. Hast du wirklich 300 Gramm Schokolade gegessen? Boah, das war echt. Boah, das war echt. Alter. Das war auf gut fahren. Gut, dass die Dinge jetzt noch kamen. Fuck. Mit der G18. Auf die Entfernung, sagst du, hätte klappen können. Ja, hätte klappen können. So einen geilen Headshot, Sprayshot. Hast du auch geschossen? Ach, steuer, ey. Ja. Boah, guck mal da, der hätte sitzen können. Mit der Einhändigen G18, alter Fläche. Das Ziel zerstört. Ist denn die Einhändige so viel genauer? Bisschen, ne? Oh, da lag einer auf den Autos drauf. Du bist der Letzte. Bring die Mission zu Ende. Tja. Machst du nix, sagst du. Machst du nix, sagst du? Machst du nix. Was? Das sag ich. Ha. Weißt du was? Da sind's bestimmt da. Ja, wahrscheinlich. Da sind wir so mega abgefuckt. Da ist Peter. Ne. Da sitzt keiner. Da sitzt auch keiner. Da sitzt keiner. Wo sind die denn? Hinter der Ecke? Sitzt keiner? Hm. Ho, ho, ho. Läuft. Wir haben die Runde gefahren. Ich hätte mich hinterherrennen sollen zu messern. Wo kamst du denn her? Als du da rum zum Fenster rausgesprungen bist, bin ich hinterher gerannt. Ich dachte eigentlich, du bist aus der Seele rausgefahren und bist wieder da hoch. Aber das hat sich dann gelaufen. Wollte nicht richtig. Was ist das in dem Container drin versteckt? Ja, ich saß genau im Container drin, ne? Wir haben die Bombe. Oh, das funktioniert? Du sitzt im Fenster? Jay sitzt im Fenster? Ja. Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Wir haben das auch noch drin. Ich fiel jetzt so mal im Fenster. Was denkst du eigentlich von mir? Nix. Nix Gutes. Voll. Alter. Oh, du bist B. Das kann nicht wahr sein. Scheiße. Boah, da muss man mal ganz ehrlich sagen. Alter. Ja, die sind... Weißt du, Jay lief mir auf einmal durchs Bild. Dann wusste ich nicht, wo ich den schießen soll. Weil der lief halt im Hintergrund gerade. Hinter dir. Hm. Seidenwechsel. Tja. War zu viel für mein kleines Köpfchen. Suchen und zerstören. Pilar, die schützen uns auch gegenseitig. Pilar, die schützen uns auch gegenseitig. Pilar, die kommt wieder hinten über B. So. Schon wieder die gleiche Scheiße! Und ich hab diesmal extra hingeguckt. Der ist so ne Wichse. Das war halt sehr auffällig, Hadi. Ja. Wo war der denn? Ja, der war wieder vor dem Fenster. Achso. Oh. Nice. Diese scheiß Ami Häuser, die dann auch noch so aus Holz bestehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Voll. Ich hatte kurz gewartet, bis das Feuer, oder ich wollte warten, bis das Feuer aufhört. Ja. Denke ich auch. Oh, hab ich wieder irgendetwas geflasht. Das kann nicht wahr sein. Peter stand hinter mir, ey. Bei B. Boah, Alter, der hat dir die Eier gerettet. Lol, Hadi kommt von hinten. Also von vorne. Also von hinten. Von irgendwo. Lol, er hat mich gekillt. Der chillt, der kommt jetzt von irgendwo über A. Von unserer Seite aus. Alter, Peter, wo hast du denn gepackt? Ne, Moment, das ist ja B. Der Arsch der Welt, ey. Nicht A. Das ist ein Scherz. Dennis Hartwig. Dennis D. Hartwig. Das kann und darf nicht wahr sein. Oh, ja. Ja, immerhin. Alter. Alter. Alter Vater. Der hat zu weit hinter dem Container gespielt. Alter. Weißt du, da läuft er in den Königsbild und ich weiß, die Kanatte sonst wollen. Hm, schade. Ich bin Peter, ich benutze jetzt auch mal die Schottis, Mama. Ja, aus Versehen, ich wollte nur die Schalldämpfer ump nehmen und dann ist mir aufgefallen, scheiße. Das ist die, wo du die Schottis hast. Weil hier ist die ja nicht gut. Nein. Ja, das war ja eine Scheiß-Runde. Ja, das war ja eine Scheiß-Runde. Okay, man hätte uns auch auf dich geratet. Ja, genau so sieht das aus. So, also wenn Hardy umgefallen wäre, hätte ich zumindest bestimmt mal einen gekriegt. Das ist natürlich arg ärgerlich, dass wir da jetzt ausnahmsweise mal gerusht sind und blöderweise auch noch beide auf der Welt bleiben. Ja, genau. Ich weiß, was ich jetzt mal mache. Ich probiere mal was Neues. Ich probiere jetzt mal was Neues aus. Ja, immer mal was... HITTER DIE HÄS! Ja, das kann ich auch. What the fuck? Und da ist die Runde, die ich geholt habe, schon wieder weg. Alter, vadaab, ich bin erschrocken. Da probiere ich mal was Neues. Ich habe einen neuen Granatenwurf ausprobiert. Ich wollte wissen, wo der landet. Ich wusste es. Ich wusste es. War mir so klar. Oh, Peter sitzt im Container. Ja, die ist da auch. War so klar, weil die beide immer zusammenlaufen. Tun die das überhaupt nicht. Woher wusstest du das denn, Alter? Ja, wenn der sagt, du bist am Container, war mir klar, dass du da wartest. Ja, wieso? Du guckst ja nicht nach oben. Ja, warum denn nach oben? Die Stelle ist doch sowas von Oldschool, Alter. Ja, ohne Spaß, Peter. Da musst du ein bisschen früher aufstehen, wenn du mich natt zusetzt. Ja, das war auch Kier-Großfahrt. Ich habe fünf Zehn. Ich bin sogar noch schlechter als Peter. Dann hast du schon mal da essen. Ja. Du weißt, er hat einen Premiumwurf, ja? Meinst du, da sitzt einer? Ja, probier doch aus. Na, da sitzt keiner. Kann der nur von dem... Alang sein. Geworfen sein. Ein Richtung B geworfen. Wahrscheinlich auf den... Leck mich am Arsch! Oben an meinen Fenstern sitzen sie. Ja. Die Schwänze. Lava. Der ist in dem Busch. Ärgerlich. Hat sich erledigt. Der andere war hinter mir. Ärgerlich. Ich dachte, ich muss da mal hochgucken. Dann habe ich Johnnys Pipi-Mann gesehen. Oh, Peter hat mich eigentlich sehen müssen, wie ich in den Busch reingelaufen bin. Der ist auch nicht. Eine Sekunde vielleicht. Oder so. Ja, du standst ja die ganze Zeit, dass Johnny eiskalt ins Messer laufen lassen. Das ist nun echt nicht in Ordnung von dir. Echt? Du nicht, Peter. Stun Granatu. Oh. Oh, ja. Von B hinten am LKW hat er mich gesnackt. Der ist jetzt aber nicht so nett. Der ist... Der ist... Der ist jetzt nicht gut. Von der ist... Alter, das war echt premium. Das war richtig gut. Das war nicht gut. Hab ich mich erschrocken. Wer kämpft da in dem Schrott? Weil... Was ist denn das B? Bei uns auf der Seite. Oh, Junge. Ja. Shit, ey. What the fuck? Ist aber eigentlich nicht witzig, was du hier abziehst, Peter. Hadi, warum zur Erlaster eigentlich keine Abschusssegel? Warum zum Hönker... Genau. Zählen ist eigentlich nicht deine Drohne. Ja. Hast recht. Kann ich mal machen. Ja. Und jetzt die Drohne? Ja. Aufklärungsdrohne online. Lol. Ich hab mich am Arsch, du. Das ist aber uncool. Dein rausgehauen. Da hab ich jetzt aber einen rausgehauen, ey. Deck mich mal am Arsch. Echt mal. Ja komm, Peter. Dann plant jetzt gefälligst auch. Afrikan, ey. Scheiße, ich muss da echt planten. Ja, das ist jetzt aber was Neues. Ich hab immer ein Pferd geküsst. Ist auch nicht neu. Ist was aus den Powers. Heidi, ohne Spaß. Wie viele von diesen verkackten Kisten hast du eigentlich? Einige. Ich meine, ich hätte den gerade gesehen. Ich dachte jetzt... Bam, Junge! Ja, Jay, da würde ich mal sagen, wenn ich will ein nächster stärkere Glied aus unserer Gruppe. Stimmt, du hast auch noch den Schwächeren mit dabei. Ich wollte gerade sagen, ich hatte auch noch den Schwächeren mit dabei. Ja, dann war's gut. Wie sie sagt, das ist eine Ehre, mit dir zusammen zu spielen. Oh ja, das stimmt. Ich hab's übrigens mehr Punkte als die beiden zusammen. Wollte schon mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.